Ja, schau, wir wissen, wie es endet, ne? Easy, oder was? Easy. Also jetzt, glaube ich, ist das mit den gepanzerten Autos, jetzt müssen wir dürfen zwei Minuten wechseln. Die Metal Gang. Gegen die Typen mit einer Frau. Ja, erstmal die Autos Kilometer, die kann man gar nicht wechseln, die kann man gar nicht wechseln. So, was nehmen wir, was nimmst du? Ein Auto. Ja, aber was für ein? Das ist die Frage. Wo? Fährst du gerade ernsthaft mit dem Voltic? Ich wüsste nicht, was du gesehen hast. Jetzt haben sie so wie abgesehen, ich denke, komm. Alter, sie fährt einfach mit dem romken Voltic, Alter. Hey. Oh? Hallo? Oh. das war so alter das war so viel glück dabei gerade dass sich das der jahr wurde auf der kante aufgeschlagen wird weiter ich wollen ja also das war noch ein bisschen die raketen siehst du im untergrund diese diese flamme von dem von dem rocket wollte okay und das war zu langsam ich werde aber nicht mehr wechseln nein ich brauch doch nicht schwung ich brauch doch nicht mehr wie die raketen auffliegen ja das sieht so heftig aus weiter wer war das also wie willst du bitte ich wollte mich helfen die macht ihr und ihren boost an und dann ist sie weg okay woher geduckt aber gerade noch so geduckt aua ah 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 hilfe ich habe dich noch erwischt ich habe dich noch erwischt ne ne ach alter ey das ist so schwer zu treffen mit diesem rocket voltic alter ja zumindest ist es raus sind wir hier geschützt oder jawohl auf jeden fall gut da ich brenne aus den karren das auto ging nicht mehr so aus ja wollte ich mir fahren wo die beiden aber überall was reinstecken müssen schlimm das macht die bei mir auch immer keine einzig was schimmert input das sagt sie auch immer gut wir sind wieder wir können nur ein auto nennen aber doch wir sind oben gut ok 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 ich wollte gerade sagen ja schon weg ich habe ich habe nur den rock and roll ticket denn ja und dann hat kämpfen nicht von den aber ich habe das ganz schön aber du stand schön das war eine schnelle runde das auto geht alter alter mit dem rocket wollte ich da irgendwie was zu treffen ich habe im kuruma getroffen aber schön die hast du mal kurz am hinterkopf getroffen vor allem ich bin schon wieder zugibt dass du ihn von hinten genommen hast ja aber ja ich habe gerade eingesteht hat er wenn ihr an das wobei er mag gar nicht von hinten also ok dann hätte man ja noch mal es wird weiß halt wie richtiges pecking geht du bist bei ihm in seinem fall petting nö kannst du gerne mal nachlesen was das heißt pecking nö Sven weiß nicht was das heißt ich bin ja weg so dann jagen wir mal wieder kleine autos in die luft ich drehe mich um da kommt dann kommt ja schon über mich drüber geflogen jetzt hatte genau das gleiche auto ja hey ich könnte das auto wechseln du hast gebietsüberschreitung da hinten aber nein ja ich strebe mich um da kommt die alte angeflogen ich habe es gesehen einer weniger aber ich bin doch erleichtert einer weniger ich habe es nur am ohr vorbei rauschen hört ich bin doch ganz an der ecke schnitt nix lass mich ich habe es nicht ja schon wieder genau der macht die rolle nicht ich will rollen und er macht es einfach nicht tradies raus komm da kannst du das hast du wo ist denn der wo wirst du noch den cap kriegen der steht an der ecke ich kriegst du nicht ich habe ich da nur geholt und nachdem es euch geholt hat keine ahnung staatsschwierigkeit mit dem das kann jedem mann in deinem alter passieren ja ja ich habe es aber keine rakete muss man auch umgehen können gerade beim losfahren über die gegend geschossen trotzdem der volltreffer die fliegen das ist dann feierlich man kann wenn man alle fertig aber der gute treffer jascha war jetzt glück ich glaube wir stück dazu dass kevin aus sämtlichen europäten rausgenommen wird wie war das sagt ja mit raketen muss wieder umgehen können das kann ja schon wohl nicht dann mal ruhig da auf dem vierten platz penny was du da unten machst ist auch eine frage für sich na ja das liegt an ihrem mitspieler ich wollte es gerne unten ah